Nachdenkseiten. Die kritische Website. Von Panzern zu Tweets. Wie wir in den Informationskrieg gerieten. Ein Beitrag von Maike Gosch. Das Thema der russischen Desinformation ist gerade wieder sehr aktuell. Nicht nur war Wirtschaftsminister Habeck in einer Wahlkampfveranstaltung der AfD und dem BSW vor, von Moskau und Peking finanziell unterstützt zu werden und sich für ihre Meinung zur Ukraine bezahlen zu lassen, sowie Trollarmeen aufzubauen. Auch der Bayerische Landesverfassungsschutz beobachtete oder beobachtet noch unter dem Vorwurf der Unterstützung russischer Narrative die Berliner Zeitung und auch die Nachdenkseiten. Und die Diskussion um die sogenannten Trusted Flagger, private Hinweisgeber, die im Zusammenspiel mit großen Medienunternehmen die staatliche Aufgabe der Zensur übernehmen, erhitzt aktuell die Gemüter. Aber wie sind wir eigentlich in eine politische Kultur geraten, in der Kritik an innen- und außenpolitischen Entscheidungen inzwischen schon reflexhaft als pro-russische Propaganda tituliert wird, nicht mehr auf die Inhalte eingegangen oder auf Sachebene diskutiert wird? War das eine organische Entwicklung oder wurde sie aktiv vorangetrieben? Eine Spurensuche. In einem auf den Nachdenkseiten erschienenen Artikel im Juni dieses Jahres mit dem Titel »Wie aus Zensur der Kampf gegen Desinformation wurde« schrieb ich, früher nannte man es Zensur, wenn staatliche Stellen unliebsame und abweichende Meinungen einschränkten, kontrollierten oder verboten. Seit einiger Zeit ist dieser Begriff fast aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden und damit gefühlt auch das gesamte politische, juristische und kulturelle Erbe, welches mit der Auseinandersetzung um Zensur und der Erkämpfung von Meinungsfreiheit anherging. Dafür ist jetzt der sogenannte Kampf gegen Desinformation als Konzept und Aktivität omnipräsent geworden. Wie ist es zu dieser Diskursverschiebung gekommen? Welche Interessen und Akteure stehen dahinter? Und welche Krisen haben die Zwischenschritte dieser Entwicklung begünstigt?« Zurecht wurde von einigen Lesern moniert, dass ich in dem Artikel nicht wirklich auf die Interessen und Akteure eingegangen bin, die diese Entwicklung im Hintergrund vorbereitet und begünstigt haben. Es ist ein kompliziertes Feld mit unglaublich vielen Akteuren und Organisationen. Und je mehr ich dazu recherchiere, desto mehr wird mir klar, wie viele Aktivitäten, Konferenzen, Planspiele, Fortbildungen es zur Vorbereitung der sogenannten Desinformationsnarrative oder Desinformationsproblematik, je nachdem, wie skeptisch man dem gegenübersteht, gegeben hat. Und wie viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, Institute, militärische und geheimdienstliche Organisationen und Aktivitäten es in diesem Bereich gibt. Und auch, wie lange man zurückgehen muss, um die Anfänge zu erhaschen. Einige Elemente habe ich schon in meinen Artikeln über die Erkenntnisse aus den Twitter-Files und den Censorship-Industrial-Komplex und über die Methode des Pre-Bunking im Ukraine-Krieg und der Covid-Krise versucht darzulegen. Beide Berichte sind im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Weitere Puzzlesteine möchte ich in den folgenden Wochen liefern. Beginne am Anfang Wie sind wir in eine politische Kultur geraten, in der Kritik an innenpolitischen oder außenpolitischen Entscheidungen oder Berichterstattungen inzwischen schon fast reflexhaft als pro-russische Propaganda tituliert wird und nicht mehr auf die Inhalte eingegangen oder auf Sachebene diskutiert wird? Ich bin mir dabei der Ironie bewusst, die darin liegt, dass ich hier darüber schreibe, wie es zu der Paranoia und Verschwörungstheorie der russischen Fernsteuerung, des gesamten Dissenses der westlichen Welt gekommen ist und dabei selbst Verschwörungen und massiv gesteuerte Anstrengungen durch westliche Geheimdienste, Militär, Regierungsstellen und regierungsnahe NGOs behaupte und aufzudecken versuche. Es ist im Grunde eine Verschwörungstheorie über die Entstehung einer Verschwörungstheorie. Aber folgen Sie mir ein wenig weiter auf meinem Weg hinab in den Kaninchenbau. Wie immer ist es schwer zu wissen, wo eine Entwicklung genau anfängt. Ich habe mir mal ein Medienereignis aus dem Jahr 2013 herausgegriffen, wobei dies sicher nicht den Anfang dieser Entwicklung darstellte, aber vielleicht einen wichtigen Meilenstein oder Baustein der Erzählung. Die Gerasimov-Doktrin Die Gerasimov-Doktrin oder wie das in Anführungszeichen Missverständnis einer Rede des Generalstabschefs der russischen Streitkräfte Baliery Gerasimov zur größten Zensuroffensive der NATO führte. Ende Januar 2013 hielt Baliery Gerasimov eine Rede vor der Jahresvollversammlung der Akademie der Militärwissenschaften Russlands, kurz AVN. Der Titel der Rede war Grundlegende Tendenzen zur Entwicklung der Formen und Methoden des Einsatzes der Streitkräfte, die aktuellen Aufgaben zur Verbesserung der Militärwissenschaften. Und in dieser Rede sagte er unter anderem folgende Sätze, Zitat Im 21. Jahrhundert besteht die Tendenz, die Unterschiede zwischen Kriegs- und Friedenszustand zu verwischen. Kriege werden nicht mehr erklärt und wenn sie einmal beginnen, folgen sie nicht mehr dem gewohnten Muster. Die Erfahrung militärischer Konflikte, einschließlich solcher im Zusammenhang mit den sogenannten Farbrevolutionen in Nordafrika und im Nahen Osten, bestätigt, dass ein völlig wohlhabender Staat innerhalb weniger Monate und sogar Tage zu einem Schauplatz erbitterter bewaffneter Kämpfe werden. Und als Opfer einer ausländischen Intervention in den Abgrund von Chaos, humanitärer Katastrophe und Bürgerkrieg stürzen kann, Zitat Ende. Unter der Überschrift Lian aus dem Arabischen Frühling fügte er dann hinzu, Zitat Am einfachsten lässt sich natürlich sagen, dass es sich bei den Ereignissen des Arabischen Frühlings nicht um einen Krieg handelt, sodass wir, das Militär, dort nichts zu studieren haben. Oder sind diese Ereignisse im Gegenteil ein typischer Krieg des 21. Jahrhunderts? Hinsichtlich des Ausmaßes der Verluste und Zerstörungen sowie der katastrophalen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen sind solche neuartigen Konflikte mit den Folgen eines echten Krieges selbst vergleichbar. Die Rolle nicht-militärischer Methoden zur Erreichung politischer und strategischer Ziele hat zugenommen, die in ihrer Wirksamkeit die Gewalt von Waffen teilweise deutlich übertroffen haben. Der Schwerpunkt der eingesetzten Konfrontationsmethoden verlagert sich auf den weit verbreiteten Einsatz politischer, wirtschaftlicher, informativer, humanitärer und anderer nicht-militärischer Maßnahmen, die unter Ausnutzung des Protestpotenzials der Bevölkerung umgesetzt werden. All dies wird durch verdeckte militärische Maßnahmen ergänzt, darunter die Umsetzung von Informationskriegsmaßnahmen und die Aktionen von Spezialeinheiten. Auf den offenen Einsatz von Gewalt unter dem Deckmantel der Friedenssicherung und Krisenbewältigung greifen sie oft erst irgendwann zurück, vor allem, um einen endgültigen Erfolg im Konflikt zu erreichen. Dies führt zu logischen Fragen. Was ist moderner Krieg? Worauf sollte die Armee vorbereitet sein? Womit sollte sie bewaffnet sein? Nur durch die Beantwortung dieser Fragen können wir langfristig die Richtungen für den Aufbau und die Entwicklung der Streitkräfte festlegen. Dazu müssen wir klar verstehen, welche Formen und Methoden ihrer Anwendung wir verwenden werden. Asymmetrische Aktionen sind weit verbreitet und ermöglichen es, die Überlegenheit des Feindes im bewaffneten Kampf zu neutralisieren. Dazu gehören der Einsatz von Spezialeinheiten und interner Opposition zur Schaffung einer dauerhaften Front auf dem gesamten Territorium des gegnerischen Staates sowie Informationsmaßnahmen, deren Formen und Methoden ständig verbessert werden. Zitat Ende. Warum ist diese Rede des höchsten russischen Militärs von 2013 heute noch relevant? Weil ihre Rezeption und Interpretation durch westliche Kommentatoren eine sehr wichtige Rolle dabei spielten, die Bedrohung durch russische Desinformation als Form hybrider Kriegsführung in der Wahrnehmung der westlichen Öffentlichkeit aufzubauen. Damit liefern sie eine der wichtigsten Rechtfertigungen dafür, dass wir im Westen, also in den USA und in der EU, in einen sogenannten Informationskrieg mit Russland und internen Oppositionskräften eingetreten sind, in dem seitdem immer stärker hochgerüstet wird. Es wurde also die Geschichte erzählt, es bestünde eine massive Bedrohung durch diese neue Strategie von Seiten Russlands, auf die wir uns im Westen vorbereiten müssen und der wir defensiv entgegentreten müssen. Paranoia und Panik oder Perfidie und Propaganda Die Rede wurde im Westen zunächst nicht weiter beachtet, aber dann wurde sie von Robert Coulson, der für Radio Free Europe Radio Liberty, dem von der US-Regierung finanzierten Sender arbeitete, an den britischen Außenpolitik-Experten Mark Gagliotti weitergeleitet. Gagliotti veröffentlichte die Rede in seinem Blog In Moskaus Shadow am 6. Juli 2014 und machte dazu einige Anmerkungen, die große Wellen schlugen und die Rezeption im Westen maßgeblich bestimmten. Er überschrieb zudem die Rede und den Blogbeitrag mit dem Titel Die Gerasimov-Doktrin und prägte damit einen Begriff, der in der Folge von Hunderten von Kommentatoren aufgegriffen wurde. Was war die Anmerkung, die über den Titel hinaus so prägende Folgen auf die weiteren Entwicklungen hatte? Er zitierte den bereits aufgeführten folgenden Ausschnitt der Rede, noch einmal zur Erinnerung, Zitat Im 21. Jahrhundert besteht die Tendenz, die Unterschiede zwischen Kriegs- und Friedenszustand zu verwischen. Kriege werden nicht mehr erklärt und wenn sie einmal beginnen, folgen sie nicht mehr dem gewohnten Muster. Die Erfahrung militärischer Konflikte, einschließlich solche im Zusammenhang mit den sogenannten Farbrevolutionen in Nordafrika und im Nahen Osten, dass ein völlig wohlhabender Staat innerhalb weniger Monate und sogar Tage zu einem Schauplatz erbitterter bewaffneter Kämpfe werden und als Opfer einer ausländischen Intervention in den Abgrund von Chaos, humanitärer Katastrophe und Bürgerkrieg stürzen kann, Zitat Ende Gerasimov. Und Gagliotti fügte dann folgende Anmerkung hinzu. Es gibt einen alten rhetorischen Trick aus der sowjetischen Ära, bei der eine sogenannte Warnung oder eine Lehre aus einer anderen Situation verwendet wird, um eine eigene Absicht und einen eigenen Plan zu beschreiben. Die Art und Weise, wie das, was als nachträgliche Analyse des arabischen Frühlings dargestellt wird, so stark auf das übertragen werden kann, was in der Ukraine getan wurde, ist bemerkenswert. Indem der arabische Frühling fälschlicherweise als Ergebnis geheimer westlicher Operationen dargestellt wird, gibt Gerasimov sich die Freiheit, auch darüber zu sprechen, worüber er vielleicht wirklich sprechen möchte. Darüber, wie Russland Staaten untergraben und zerstören kann, ohne direkte, offene und groß angelegte militärische Intervention. Die Annahme jedoch, dass dies zunächst ein westlicher Schachzug ist, scheint ihr tatsächlich selbst zu glauben, Zitat Ende. Das kann man schon gar nicht mehr als weit hergeholt bezeichnen. Hier wird sogar das Phänomen der Projektion auf den Gegner projiziert. Gerasimov spricht hier, also bei Farbrevolution und arabischer Frühling, ziemlich offensichtlich von einer westlichen oder US-amerikanischen Taktik. Und deutet an, dass Russland sich darauf vorbereiten und dafür wappnen muss, dass Kriege und Konflikte auch auf eine solche Art hybrid geführt oder unterstützt werden. Man kann sich darüber streiten, ob es sich bei den Farbrevolutionen und dem arabischen Frühling um rein organische nationale Erhebungen und Proteste handelte, oder ob diese von westlichen Geheimdiensten stark finanziell unterstützt wurden, PR-mäßig begleitet und teilweise auch orchestriert wurden, wobei es meiner Ansicht nach genug Belege für Variante 2 gibt. Aber dass, wenn ein russischer Militär über diese Ereignisse spricht, er damit eine russische Taktik beschreibt, ist offensichtlich abwegig. Gagliottis Gedankenlesen und Unterstellungen finden meiner Ansicht nach daher keine Stütze in dem Text. Zwar gab Marc Gagliotti, der früher für das britische Außenministerium arbeitete und als ein wichtiger NATO-Theoretiker gilt, später selbst zu, dass sein Artikel ursächlich für die gewaltige Täter-Opfer-Umkehr durch hunderte von Artikeln und Kommentatoren in der Folge war und dass die Bezeichnung Gerasimov-Doktrin einen falschen Eindruck erweckte und klärte über den tatsächlichen Inhalt auf. Gerasimov sprach tatsächlich darüber, wie der Kreml versteht, was bei den Aufständen des arabischen Frühlings, den Farbrevolutionen gegen Pro-Moskauer Regime in Russlands Nachbarschaft und schließlich beim Maidan-Aufstand in der Ukraine geschah. Die Russen glauben ehrlich, wenn auch falsch, dass dies keine echten Proteste gegen brutale und korrupte Regierungen waren, sondern von Washington, genauer gesagt Langley, inszenierte Regimewechsel. Das war keine Doktrin, wie es die Russen verstehen, für zukünftige Abenteuer im Ausland. Gerasimov versuchte herauszufinden, wie man solche Aufstände zu Hause bekämpfen und nicht fördern könnte. Zitat Ende. Er beschreibt es in seinem Artikel aber so, als wäre er einfach missverstanden worden und dieses Missverständnis habe dann ein Eigenleben entwickelt. Wenn wir uns seine Formulierungen in der Anmerkung oben aber genau ansehen, dann fällt es mir schwer, hier nicht an eine propagandistische Absicht zu glauben. Zusätzlich erfolgte diese Richtigstellung auch erst im Jahr 2018, also vier Jahre nach dem ursprünglichen Artikel, so dass der Schaden längst entstanden war und auch nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Das Kind war längst in den Brunnen gefallen und das Schreckgespenst eines Großangriffs durch russische hybride Kriegsführung in der Welt. Dr. Marc Gagliotti war es übrigens auch, der im Jahr 2017 zusammen mit vielen anderen dann die aufsteigende Gefahr des sogenannten Populismus beschwor. Ich erinnere mich noch daran, wie dieser Begriff Populisten im deutschen politischen Diskurs auftauchte. Vorher waren zum Beispiel rechte oder rechtsextreme Parteien oder Organisationen nie als populistisch bezeichnet worden. Das wäre allen auch viel zu positiv vorgekommen. Der Begriff fiel höchstens einmal in Bezug auf sogenannte Bierzeltreden der CSU oder ähnliches. Auch dieser Begriff und das Gedankengebäude drumherum tauchten erst um das Jahr 2016 auf, beziehungsweise nahmen eine negative Färbung auf und wurden in meinen Augen massiv propagandistisch instrumentalisiert. Jetzt wird zurückmanipuliert. Bereits im September 2014, also wenige Monate nachdem die sogenannte Gerasimov-Doktrin durch die Medienwelt und die Welt der Militärexperten geistete, beschloss die NATO in ihrer Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens in Wales, wir werden sicherstellen, dass die NATO in der Lage ist, effektiv den besonderen Herausforderungen einer Bedrohung durch einen Hybridkrieg zu begegnen, bei dem eine große Bandbreite an offenen und verdeckten militärischen, paramilitärischen und zivilen Maßnahmen auf hoch abgestimmte Weise eingesetzt wird. Zitat Ende. Die NATO hat also aus ihrer Sicht ihre Strategie angepasst, um besser auf Cyberangriffe, Informationskriege und andere hybride Bedrohungen reagieren zu können. Das heißt natürlich nicht, dass diese Änderung und Neuausrichtung der NATO-Strategie allein auf dem sogenannten Missverständnis in Gagliottis Block beruhte. Eine der wichtigsten Ursachen war natürlich die Situation rund um den Machtwechsel, Putsch-Revolution in der Ukraine im Februar 2014. Und das darauf folgende Gefühl der westlichen, insbesondere angloamerikanischen Mächte, des Verlustes der narrativen Kontrolle nach Annexion bzw. Abspaltung der Krim-Halbinsel, welches sich im Ergebnis des umstrittenen Referendums im März 2014 über den Status der Insel zeigte. Die westlichen Mächte deuteten diese Niederlage als Zeichen dafür, dass russische Desinformation die Bevölkerung in die Irre geführt hat. Andere Deutungen sind sicher möglich. In dieser Abschlusserklärung wurde auch die Einrichtung des NATO-verbundenen Strategic Communication Center of Excellence, kurz NATO-Stratcom-COE, in Riga-Lettland begrüßt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Bündnis über die notwendigen Instrumente und Verfahren verfügt, die für eine wirksame Abschreckung und Reaktion auf Bedrohungen durch hybride Kriegführung erforderlich sind, sowie über die Fähigkeiten zur Verstärkung der nationalen Streitkräfte. Dazu gehören auch die Verbesserung der strategischen Kommunikation, die Entwicklung von Übungsszenarien im Hinblick auf hybride Bedrohungen und die Stärkung der Koordinierung zwischen der NATO und anderen Organisationen im Einklang mit den einschlägigen Beschlüssen, um den Informationsaustausch, die politischen Konsultationen und die Koordinierung zwischen den Mitarbeitern zu verbessern. Wir begrüßen die Einrichtung des von der NATO akkreditierten Exzellenzzentrums für strategische Kommunikation in Lettland als einen bedeutenden Beitrag zu den Bemühungen der NATO in diesem Bereich. Wir haben den Auftrag erteilt, die Arbeiten zur hybriden Kriegsführung parallel zur Umsetzung des Readiness-Aktionsplanes zu überprüfen. Zitat Ende. Entsprechend wurde auf dem Treffen des Nordatlantikrates in Warschau im Juni 2016 die NATO-Charta verändert, um die sogenannte hybride Kriegsführung, den Hybrid Warfare, zuzulassen. Zitat Punkt 37. Mit den längerfristigen Anpassungsmaßnahmen des Aktionsplans zur Reaktionsfähigkeit haben wir römisch 1 eine Strategie zur Rolle der NATO bei der Verteidigung gegen die hybride Kriegsführung vereinbart, die derzeit in Abstimmung mit der EU umgesetzt wird. Zitat Ende. Was genau ist damit gemeint? Hybride Kriegsführung ist eine Strategie, die konventionelle militärische Mittel wie Panzer und Soldaten mit unkonventionellen Methoden wie Cyberangriffe, Desinformation, wirtschaftlicher Druck oder Einflussnahme durch soziale Medien kombiniert. Das Ziel ist es, den Gegner auf verschiedenen Ebenen zu destabilisieren und seine Handlungsfähigkeit einzuschränken, ohne unbedingt einen offenen Krieg zu führen. Die NATO erklärt ihre Neuausrichtung also damit, dass Bedrohungen sich nicht mehr nur auf klassische militärische Auseinandersetzungen beschränken, sondern dass moderne Konflikte auch auf digitaler Ebene und in den Medien stattfinden. Dies wurde bei Twitter auch als Änderung der Strategie from tanks to tweets bezeichnet. Wenn Panzer, also klassische militärische Macht, weiterhin wichtig sind, müssen auch neue Werkzeuge wie soziale Medien und Cyberfähigkeiten in der Verteidigungsstrategie berücksichtigt werden. Die Rolle der Centers of Excellence Nach dieser Änderung der Strategie wurde mit der Einrichtung von sogenannten Centers of Excellence begonnen. Ich zitiere von der NATO-Website. Im Rahmen ihrer zunehmenden engeren Zusammenarbeit haben die NATO und die EU ihre Kooperation bei der Bewältigung hybrider Bedrohungen intensiviert, wobei der Schwerpunkt auf Cyberverteidigung erhöhter Widerstandsfähigkeit, strategischer Kommunikation, verbessertem Situationsbewusstsein und Übungen liegt. Die NATO arbeitet auch mit Partnern in der indopazifischen Region zusammen, um Erfahrungen mit nationalen Ansätzen zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen, wie zum Beispiel der zunehmenden Verbreitung von Desinformation und Cyberangriffen, auszutauschen. Dies war im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie besonders wertvoll. Die NATO hat auch mit der Ukraine zusammengearbeitet, um hybride Bedrohungen zu bekämpfen, und zwar sowohl vor dem Einmarsch Russlands als auch danach. Die NATO-Ukraine-Plattform zur Bekämpfung hybrider Kriegführung wurde auf dem NATO-Gipfel in Warschau im Juli 2016 eingerichtet. Sie bietet einen Mechanismus zur besseren Identifizierung hybrider Bedrohungen und zum Aufbau von Kapazitäten zur Minderung von Schwachstellen und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Staat und Gesellschaft. Die Plattform hat Forschung, Ausbildung und Expertenkonsultationen unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf den Lehren aus der Vergangenheit, der Bekämpfung von Desinformation und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit lag. Neben der Zusammenarbeit mit bestimmten Partnern arbeiten auch Exzellenzzentren mit der Allianz zusammen und bringen Wissen und Fachkenntnis in die Allianz ein. Dabei handelt es sich um internationale Forschungszentren, die auf nationaler oder multinationaler Ebene finanziert und personell ausgestattet werden. Das Europäische Exzellenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen mit Sitz in Helsinki-Finnland dient als Kompetenzzentrum und unterstützt die teilnehmenden Länder bei der Verbesserung ihrer zivil-militärischen Fähigkeiten, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Bereitschaft zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen. Es wurde im Oktober 2017 von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gemeinsam mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Federica Mogherini, eingeweiht. Das Zentrum ist eine Initiative der finnischen Regierung, die von 32 anderen Ländern sowie von der NATO und der EU unterstützt wird. Zitat Ende NATO-Website Was passiert jetzt genau in diesen Centers of Excellence, den COEs, die in Helsinki-Finnland und in Riga-Lettland eingerichtet wurden? Außerdem Einrichtungen wie das Exzellenzzentrum für kooperative Cyberverteidigung in Tallinn-Estland und das Exzellenzzentrum für Energiesicherheit in Vilnius-Litauen. Einem Schrifttext verlinkter Bericht für die Fraktion Die Linke The Left des Europäischen Parlaments vom Judi 2021 beschrieb sie wie folgendermaßen. Ich zitiere von Seite 23. Ein Netzwerk von mit der NATO verbundenen Denkfabriken in Ost- und Mitteleuropa, darunter die Exzellenzzentren und separat das slowakische Globsec, sind ein Bestandteil dieser Bemühungen. Diese Organisationen befassen sich mit digitaler Kriegsführung und Cyberkrieg, Öffentlichkeitsarbeit und der Konsolidierung der Zivilgesellschaft hinter den Prioritäten der NATO an ihrer Ostflanke. Durch ihre Aktivitäten zielen sie darauf ab, die öffentliche Meinung direkt durch sogenannte strategische Kommunikation und indirekt durch Militärübungen und Konferenzen zu beeinflussen. Zitat Ende. In dem Bericht finden sich auch noch sehr viele weitere wichtige Informationen und Details. Es lohnt sich, einmal reinzulesen. Hier noch ein Detail, das aber, ebenso wie die Geschichte um die angebliche Gerasimov-Doktrin, paradigmatisch für die Vorgehensweise dieser Zentren ist. Im Jahr 2021 veröffentlichte eines dieser Centers of Excellence in Riga-Lettland den NATO-Cyber-Report. Dieser Bericht beginnt mit den folgenden einleitenden Worten. Schlagzeilen, die Russland mit dem wagen Begriff Cyber in Verbindung bringen, sind für die westliche Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger gleichermaßen zum täglichen Brot geworden. Von den Schäden, die NotPetya, eine Anmerkung von Maike Gosch. Das ist ein massiver Cyberangriff in der Ukraine, der Russland zur Last gelegt wurde, den es aber bestritten hat. Von den Schäden, die NotPetya angerichtet hat, über die Angriffe auf die Ukraine und Georgien, bis hin zu Russlands Hacking- und Leak-Operationen bei den Wahlen in den USA und Europa. Russlands offensive Operationen sind eine ständige Bedrohung. Die Hacking- und Leak-Operationen, von denen hier die Rede ist, beziehen sich wohl auf die Russiagate-Vorwürfe aus den USA, die aber bereits im Jahr 2019 im Rahmen der Mueller-Anhörungen als weitgehend substanzlos enttarnt worden waren. Da aber die Vorwürfe über die Jahre durch die Presse konstant wiederholt wurden, während über die Entkräftung der Vorwürfe nicht annähernd im gleichen Maße berichtet wurde, werden diese Falschinformationen hier und sehr häufig in diesem Zusammenhang einfach weiter verbreitet. Und jetzt achte man genau auf die folgende im Schrifttext verlinkte Textstelle des NATO-Cyber-Reports, in der es generell um die russische Strategie in Bezug auf sogenannte Cyber-Kriegsführung geht. Zitat In diesem Papier wird der Begriff Information-Confrontation verwendet, da er sich in der Diskussion über feindliche russische Informationsaktivitäten etabliert hat. Zitat Ende Hier sehen wir also, wie eine russische Strategie, die nach dem russischen Begriff die Verteidigung gegen Maßnahmen eines Gegners im Informationskrieg zum Inhalt hat, einfach mal umgedeutet und den Lesern als Strategie eines Angriffes untergeschoben und in der Form dann auch von allen Journalisten, Berichterstattern etc. aufgegriffen wird. Obwohl man hier und an anderer Stelle in dem Report offen zugegeben hat, dass es sich zumindestens aus Russlands Sicht um defensive Maßnahmen handelt. Noch einmal aus dem NATO-Cyber-Report. Was aus ihrer, also russischer Sicht, wichtig ist, ist, dass Russland sein eigenes Handeln als defensiv empfindet und es das Ziel hat, potenzielle Konflikte und Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern und ihre Eskalation zu kontrollieren, indem man unterhalb der Schwelle des Westens für bewaffnete Konflikte bleibt. Beobachten zurück Worauf will ich mit diesem Artikel hinaus? Es geht nicht darum zu sagen, dass Russland nicht auch aktiv hybride Kriegsführung betreibt. Und sicher werden wir wie bei einem Sandkastenstreit nie klären können, wie er damit angefangen hat. Es ist aber meiner Ansicht nach sehr wichtig zu verstehen, wie die aktuelle Struktur des öffentlichen Diskurses entstanden ist oder wie sie geschaffen wurde, die dazu geführt hat, dass das tatsächliche oder vorgeschobene Gefühl der Bedrohung durch russische Desinformation die mediale und politische Debatte um geopolitische Themen derart dominiert, dass damit jede sachliche oder faktenbasierte Auseinandersetzung und Klärung niedergeschlagen wird. Und das erinnert mich stark an das meiner Meinung nach vorbereitete und quasi vorstrukturierte Kommunikationsumfeld zu Zeiten der Corona-Krise. Hier wie dort scheinen mir die vorbereiteten Planspiele eine große Rolle gespielt zu haben. Ebenso wie der Aufbau von Bedrohungsszenarien durch bewusste und bösartige Desinformation eines geopolitischen oder inneren Gegners. Dies führt dazu, dass dann, wenn Dissens innerhalb der Bevölkerung oder in der politischen Auseinandersetzung auftritt, dieser nicht mehr als das gesehen wird, was er vorher meist war. Eine andere Meinung, eine andere Einschätzung der Situation etc. Letztere werden so in einen feindlichen kriegerischen Angriff umgedeutet, den es abzuwehren gilt. Das ganze System dieser kommunikativen Vorbereitung ist viel zu groß und umfangreich, um es in diesem Artikel darzulegen. Aber hiermit ist ein Anfang gemacht. Und ich hoffe, es ermuntert viele politisch interessierte Leser und Leserinnen, sich mit den NATO-Aktivitäten und den vielen Aktivitäten und Organisationen in diesem Feld vertrauter zu machen. Denn die hybride Kriegsführung richtet sich leider nicht nur gegen unsere sogenannten Feinde, sondern sie schafft auch Feinde. Und sie richtet sich gegen uns, die eigene Bevölkerung. Und das mit unseren Steuergeldern und in unserem Namen. Auch hier, wie in so vielen anderen Bereichen, wird es Zeit, als Bürger wacher zu werden und aufmerksamer hinzuschauen. Auch darauf, was unser Militär und unsere Militärbündnisse, die eigentlich für unsere Sicherheit sorgen sollen, genau tun. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Béter